Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Freunde! Wenn du dein Video auf meinem Kanal sehen willst, kannst du es mir mit dem ersten Link in der Videobeschreibung gerne zuschicken. Heute sehen wir uns so schlecht, kann man doch nicht fahren Momente gemeinsam an. Doch bevor wir anfangen, möchte ich euch noch sagen, dass das Video als Lernmaterial genommen werden soll. Legen wir los! Einen Zebrastreifen kennt ihr anscheinend nicht. Und dann sagen wir uns, dass das Video auf dem Kanal gibt oder wird der Kanal auf zeichnet. Aber dann schien wir uns darauf an. Und dann schau uns eisen wir das Video ab. Und wir seben uns sehr, dass es ich den Kanal sehen und sehen uns, dass das Video ab. Und dann bei uns, dass es da Leute- Steel-A great gibt, wie es Scala-AmNA-Gerden, Und dann geht's das Video ab. Und dann sind wir noch ein paar Tage. Und dann n retro. Und dann geht's das Video ab. Und dann geht's das Video ab. Und dann geht's das Video ab. Und dann kann man sagen, was dann auch dazu erinnern. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hoffentlich war er auf dem Weg zur Werkstatt, da muss er jetzt auf jeden Fall hin! Untertitelung des ZDF, 2020 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 And I have a pattern, you know, like floral patterns or checkered patterns. Yeah, exactly. I thought that was what a pattern made. And I thought that was what a pattern made. And I thought that was true or one. No man. True or one. No man. Freunde, welchen Fahrer fandet ihr am schlimmsten? Schreibt es in die Kommentare. Ich fand die Nummer 5 am schlimmsten. Wie schaffen die das? Wo gucken die überhaupt beim Fahren hin? Das ist wirklich ein Rätsel. Schöne Grüße gehen raus an... Vielen Dank für eure Kommentare, Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht eine Bewertung dazulassen. Bis zum nächsten Video, Freunde. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.